So meine lieben Filmfreunde, ich melde mich zurück mit einem kleinen Filmtipp, ihr seht es hier und auch einen Schnäppchentipp, Avatar The Way of Water, Avatar 2 ist verfügbar bei Amazon, den könnt ihr euch jetzt digital kaufen, entweder in 4K Ultra HD oder auch in High Definition. Zum einen habt ihr hier die Heimkino Premiere und dann auch noch das Bonus Material, ihr könnt auch hier auswählen, dazu gibt es noch ein paar Schnäppchen, wieder mal für 99 Cent, gucken wir einfach mal hier rein zu Avatar und haben hier eben in UHD kaufen für 16,99 Euro, wir sehen es hier, Lauflänge 3 Stunden und 12 Minuten. Klicken wir hier auf weitere Optionen, haben wir eben UHD kaufen oder HD kaufen und dann auch noch in SD kaufen, sofern man denn das Ganze möchte. Und ihr könnt euch den Film auch in HD kaufen, inklusive Bonus Material, ihr seht es hier, 6 Stunden 22, also über 3 Stunden Bonus Material ist dann hier mit dabei, also vielleicht auch interessant für den einen oder anderen. Oder noch als Geschenkgutschein hier noch Last Minute Ostergeschenk, einen von euren Freunden hier schenken, Avatar fürs Heimkino, auf jeden Fall ganz klare Empfehlung meinerseits. Dann haben wir hier noch ein paar Filme für 99 Cent zum Ausleihen und da ist zum Beispiel die erste John Wick mit dabei, dann haben wir Violent Night mit dabei, Orphan First Kill ist mit dabei, den muss ich nur gucken, habe ich angeguckt. Abraten würde ich definitiv von Dead for a Dollar und Alienoid war jetzt auch nicht besonders prickelnd. Wir haben hier unfassbar viele Filme im Angebot. Pfad der Vergeltung wäre vielleicht mal so ein Film zum Streamen für 99 Cent. Und ansonsten haben wir hier wirklich querbeet alles, Liebesfilme, Romanzen, Peter Hase passend zu Ostern, Animationsfilme haben wir hier oben, American Pie ist auch mit dabei, The Witch, The Other One, Kung Fu Panda, dann auch noch ein paar ältere Bud Spencer und Terrence Hill Filme. Ihr seht es hier und wenn ich runterscrolle, dann seht ihr ein richtig großes Angebot an Filmen für 99 Cent und falls ihr da noch nicht genügend zu Hause habt in eurer Filmsammlung, könnt ihr hier auf jeden Fall zuschlagen und wenn wir schon von zuschlagen sprechen, dann auf jeden Fall Don Lee mit The Roundup. Definitiv eine Empfehlung, ja das geht ja immer. Wir haben auch noch der Weiße Hai und dann noch weitere Geschichten wie der Supercom. Da muss ich schon wieder lachen. Also es ist wirklich hier alles querbeet dabei, natürlich auch ein paar Horrorfilme. Und hier lohnt es sich immer dann mal einen Blick drauf zu werfen bei Filmen, wo man sich auch noch nicht ganz sicher ist, ob das was für einen ist. Bevor man da 14, 15 Euro blind auf eine Blu-ray verballert, kann man hier mal 99 Cent investieren und dann gucken, passt es oder nicht. Und dann immer noch entscheiden, ob das Ganze in die Sammlung kommt oder nicht. Also meine lieben Filmenfreunde, ich wünsche euch auf jeden Fall schöne Ostern, fröhliche Ostern und genießt die Zeit mit eurer Familie. Habt Spaß, lasst es euch gut gehen, erholt euch gut. Auf bald und Servus. Auf bald und Servus.